Peace Leute, willkommen zu meinem neuen Video, dieses Video ist ein Kurzvideo auf jeden Fall und eine kleine Info, ich mache jedes, also ich mache täglich neue Videos auf meinem Kanal checkt gerne mein letztes Video auf meine Meinung zu mir gepublished, spreche offen über meine Meinung zu ihm es ist nichts gelogen was ich erzähle und ja auf jeden Fall bleibt gesund abonniert mich, teilt dieses Video, liked dieses Video, kommentiert was ihr gut oder was ihr schlecht fandet an dieses Video und falls ihr gerne Videovorschläge habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben auf jeden Fall, ja das war es eigentlich was ich noch sagen wollte, außer hat noch frohe Weihnachten ich habe gestern meine Geschenke ausgepackt, ich kann euch gerne meine Geschenke alle zeigen aber erst wenn ich zu Hause bin, ich bin jetzt nicht in Dorsten, ich bin in Münsterland auf jeden Fall, bleibt gesund, checkt meine Videos alle ab und ja, verbringt die Zeit mit eurer Familie habe ich auch gestern gemacht, verbringe ich noch heute die schönen Tage und ja, bis die Tage dann, bis zum nächsten Video und ja, ciao Bis zum nächsten Video Dos Vielen Dank.